Oh! Was ist das denn? Hey Boys! Ins Abwasser! Wo sind die Untertitel? Bei mir sind sie da! Bei mir nicht! Gut! Den ersten Bug hätten wir gefunden damit! Und der dritte Apfel! Der vierte! Halt! Hier habe ich vorhin gemutet und den ganzen Apfel gegessen! Okay, lass mich hören! Scheiße! Wir müssen einen Weg in diese Regel finden. Als wir das tun, können wir die Schätze in hier. Das klingt so leicht genug. Das Problem ist, dass sie nicht Inhalte in da lassen. Du denkst, dass wir irgendwie in diesen Weg finden können? Ja, aber wir brauchen hier eine Laufkarte. Als wir die Karte haben, muss einer von uns in sie schlafen. Das ist so klischeehaft. Irgendwie schon, ne? Ja. Vielleicht ist es ja einem echten Gefängnisausbruch nachempfunden. Könnte sein. Und die beiden haben dann aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja, Florian und im Leben. Okay, wir brauchen einen Wäschewagen. Zugang zu Hinterzimmer verschaffen. Ich geh erstmal hier raus. Wo, 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 wo! Was machst du, Inmate? Geh weg von da! Geh auf! Okay, da darf ich nicht durch. Mhm. Hey, Guard. Kann ich dir was fragen? Ich habe nicht Zeit für dich. Mit deinem Handy in der Hand? Nein, das ist ein... Das haben wir hier. Okay. Da kann man sich vielleicht verstecken später. Hier haben wir Wäsche. Ich habe Wäsche in der Hand. Was mache ich jetzt mit der? Oh, ich habe auch Wäsche in der Hand. Ich lege die mal ab. Ich lege die mal ab. Ich lege die mal ab. Kann ich die hier reintun? Du kannst die da hin... Kann ich die auch rein tun? Ich kann die Wäsche waschen. Warte. Ne, kann ich nicht. Ich habe jetzt nur ein Tuch, die Waschmaschine angemacht. Habe ich vielleicht auch eine Waschmaschine, die ich benutzen kann? Hier. Du hast das Scheiße, richtig? Du schaust einen freien Mann. So, meine Waschmaschine ist auch an. Habe Spaß da draußen. Hoho, ich werde. Trust me. Ja? Was ist dein Plan da? Was ist das, Mann? Erstens, ich gehe in einen Stripclub. Dann, ich gehe in einen anderen Stripclub. Und, um es alles aufzunehmen, ich gehe in der Stadt. Nein. Nicht? Nein, oder? Nee. So, ich frage den mal, wo die Wegen sind. Ja, sie sind da draußen. Okay, danke. So, Dankeschön. Wäschewagen hätten wir... ...hier einen. Was? Ich warte, bis du fertig bist. Hey, du willst dich mit mir sein? Hey, relax. Warum bist du so geimpft? Ja, Mann. Entschuldigung. Es ist nur, äh... ...und, das ist ein Schuss. Ja. Es ist nichts persönlich, du weißt? Ja, ja, sicher. Warte, ist das dieser Harley? Kannst du den jetzt totknüppeln? Hey Mann. Hey Mann. Ne, es ist nicht Harley. Das ist irgend so ein Mexikaner. Ich bin ein Schicks. Ja. Das sind die Schmerzen, Mann. Dieses Ort ist gefüllt mit dreckigen Weinen. Ich glaube, du bist nicht eine Menschenperson. Nein. Nein, ich bin nicht. Sehr gut. Hier geht's. Diese Dialoge, die immer gleichzeitig sind. Das ist so störend. Ja. Hey, was hast du da? Die verdammt Wachmaschinen, die immer immer unterbrechen. Ähm. Okay. Ich wollte den eigentlich fahren und nicht reinspringen. Nein, nein. So, okay, komm am besten zu mir. Dann kannst du vielleicht da reinjumpen. Kannst du mich dann geschieben? Ob du rein kannst? Schieb mich mal. Oh mein Gott, das geht wirklich. Oh mein Gott. Okay, guck mal, ob du rein kannst. Äh. Wie? Da, eh. Nicht? Ja, dann gucken wir mal da hinten. Du musst hier hinten reinspringen, wahrscheinlich. Ich bin sehr interessiert. Was passiert hier? Ich will nicht die Gäste, die mich sehen. Was ist das Problem? Du hast nur geschehen. Das ist das Ding. Ich bin nicht. Ich fache es. Oh. Du bist ein kläferer Mann. Das ist, was meine Mutter immer gesagt hat. Ja. Oh. Das ist das Gegenteil von Heisenberg. Komm zu mir, Bruder. Alter, ich wollte immer mal bei dir in den Wagen reinspringen. So. Rein mit dir. Zack. Okay, dann hole ich mal Wäsche, die ich auf dich draufwerfen kann, hoffentlich. Oh, die läuft noch. Okay. Okay. Ich bin mir sicher, dass wir irgendwie noch Wäsche brauchen, die da drauf getan werden muss. Hier, bitte. Da haben wir noch einen. Zack. Ist gemütlich da drin, ja? Das ist super. Ich krieg die ganzen Wichs-Fleggen-T-Shirts ab. Zack. Okay. Wir sind alles fertig. Kaffee dich selbst. Drei Stück reichen. Warum habe ich jetzt eben die Wäsche da hinten reingetan? Ey, das ist so ein super Bild bei mir. Oh, was ist mit dem Wäschewagen da? Hey, geh deine eigene Karte! Okay. Sorry. Okay. Ich habe zwar schon meinen eigenen, aber ist okay. So, wo müssen wir lang? Hier rechts? Oh, jetzt guckt er rein. Hoppala. Gegen das Mikro geschlagen. Okay. Wir sehen, was wir hier haben. Oh. 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 Okay. Stell dir vor, ich hätte eh losgelassen. Okay. Das sind aber ziemlich harte Sicherheitswachen, die immer alles kontrollieren. So, was mit dem? So, was mit dem? Soll ich jetzt raubt nicht? Was machst du? Get the hell back to work. Okay. Warte. Ich muss wahrscheinlich mit dem reden. Ähm. Mal gucken, mal gucken, mal wo ich hinfahre. Ja. Ich bin da, glaube ich... Hier in den Raum. Da hinten bist du. Weil ich will wissen, wann ich aussteigen kann halt. Der stellt dich da jetzt ab. Oh. Oh. Das war mein Selbst. Das war ich nicht. Könntest du dich bitte ducken? Ähm. Hallo? Hallo? Oh, der steht hier vorne. Warte. Ich guck mal, ob wir stehen. Um. Okay. Nimm die Wäsche. Schlenk mal den hier ab. Ähm. Die Maschine ist kaputt. Du musst die vielleicht irgendwie kaputt machen, die Maschine. Von da aus. Und nicht die ganze Zeit irgendwelche Kleidung nehmen und platzieren. Ähm. Oh. Achtung. Ja, hol noch mehr Laken. Was soll ich denn hier mit? Kannst du nicht dein Laken stehlen bei mir? Hier ist doch irgendwas eh an der Wand. Da. Ja, ja, ja. Ich weiß. Ach so. Irgendwie... Hier der... Oder... Vielleicht kann ich die irgendwie kaputt machen. Ah. Okay. Ich sehe. Ach guck mal. Hier kann ich auch was machen. Ich kann die kaputt machen. Wahrscheinlich hier mit. Und dann? Du kommst hier rein. Du kommst hier rein. Zack. Holen wir uns am besten noch eine direkt. Ich mach mal erstmal nix, ne? Ja, ja. Du wirst mir wahrscheinlich... Ah, ich kann die gar nicht weiter belegen. Du wirst mir wahrscheinlich die Tür aufhalten müssen. Hm. Hm. Was in der Hölle? Bremst du wieder? Was machen diese Maschinen? Ah! Dammit. Ich komme. Ich verstehe. Oh. Jetzt, jetzt, jetzt. Oh, ich komm... Ich kann nicht retten, wenn ich geduckt bin. Ich muss noch nen Laken nehmen. Dann nehm ich auch nen Laken. Da steht halt Laken stehlen. Das ist so unaufgeräumt hier. E. Okay. Ah. Ah. Als ob das sich nicht abbricht. Ah, okay. Hier, du kriegst nen Laken von mir. Nimm. Nimm! Nimm! Ich drück doch LNT! Gedrückt halten! Ich tu nix anderes! Ja! Gut. Brauchst noch mehr. Gut, dass du hier schon eben 20 Stücke geworfen hast. Ohne es zu wissen. Das... Ich wusste das. Ich hab das Spiel schon durchgespielt. Das weiß ich noch. Ich mach... Hä? Ja. Gut, jetzt haben wir da Laken hingetan. Was hat das gebracht? Jetzt gehen wir wieder zurück. Ah, okay. Aha. Hätten die mal lieber mehr genommen, um es stabiler zu machen. Okay, dann... Geh ich mal runter, ne? Kann ich springen? Ja. Ach so tief ist es doch gar nicht. Oh, hier haben wir was. Mhm. Da ist jemand links. Oh, da ist auch jemand grad am Eimdysicht vorbei gelaufen. Gut. Ich komme. Mhm. Da ist was. Ich mach noch nichts. Erstmal, ich werd erstmal gucken. Ja, guck du erst nochmal. Es sieht aber... Als wenn hier in so Räumen, wo so irgendwas liegt und nicht alles nie jemand ist. Hä, ist das ne Trompete? Ja, lol. Erstmal ne Trompete. Oh, man. Hast du mal in American Pie 2 geguckt? Ja. Ich hab alle gedacht, der eine Typ, die Trompete in den Arsch. Ich weiß es nicht, weil es leider schon zu lange her. Ich kenn nur beim ersten American Pie noch, dass der seinen Schwanz in den American Pie gesteckt hat und seinen Hund den dann aufgeleckt hat. War sehr schön. Licht, okay. Licht, Licht. Alter, jetzt bin ich in der Scheiße. Das ist wirklich ein Abwasserkanal. Ich seh hier nicht. Hier leuchtet ein Licht. Gut. Alter. Geht meine Lampe auch? Ich glaub schon. Ich komm einfach runter. Alter, guck mal. Ich kann mich hier in der Scheiße waschen. Ich komme. Oh. Slip and Slide. So. Das ist ja richtig geiler Restlux. Hey, na. Das ist doch schön. Kann ich das aufmachen? Nein. Okay. Was bringen wir das jetzt, dass ich in dieser Scheiße umwarte? Du musst wahrscheinlich irgendwie zu mir kommen wieder. Oh, da war eine Ratte. Ih, noch eine Bar. Ich weiß es nicht, was Junge. So, ich mach dir mal ein bisschen Licht. Hä, wie bist du da hoch gekommen? Ich bin hier von Anfang an gewesen. So. Du musst irgendwie zu mir finden. Da muss ich vermutlich hier durch. Ah, da unten kann man glaube ich unten im Wasser. Ist du da, wo ich hingucke? Da unten. Hier? Da. Ja, genau. Ah. Nee. Ja, aber wie mache ich das? Ich habe keinen Knopf oder so. Könntest du dich bitte ducken oder so? Ich weiß nicht wie. Oder musste ich irgendwie das Wasser abstellen? Sieht nicht so aus. Sieht mir auf jeden Fall. Ah, guck mal da. Ich sehe da auch einen Punkt. Guck mal da das Ventil. Vielleicht kannst du. Naja, stimmt. Ah, guck mal. Ah. Ich bin ein Genius. Was soll ich sagen? Ah. Jo. Hm. Da. Sehr gut. Jetzt kannst du da unten drunter. Alter, jetzt rieche ich auch endlich mal hier nach wie du. Wie als Schauer Berg 8. Hm. Was ist nämlich abgehakt? Ich will nicht wissen, wie sehr das da stinkt. Vor allem nachdem ich dieses Bild gesehen habe aus seinem Video. Müll? Niemals. Niemals. Oh. Was ist das geschehen? Okay. Hauptsache meine Hose ist schon wieder trocken. So. Dann kommst du wahrscheinlich hier lang. Taschenlampe geben. Hier bitte. So. Ich bin jetzt weg, ne? Okay. Tschüss. Schönen Tag noch. Ja. Das war's damit. Way out. Hier musst du wahrscheinlich irgendwie hinkommen. Dann warte ich mal hier auf. Oh. Pass mal auf. Hallo. Hallo. Na mach doch auf. Scheiße. Scheiße. Ähm. Oh. Gut. Halb Smash! Halb Smash! Halb Smash! Halb Smash! Aus Kick! Na los! Geh uff! Ich glaube so hat auch die Schwester vom Drachen die Tür kaputt gehauen. Du meinst das ist sehr sinnvoll was wir hier machen? Ich glaub schon. Oder das gleichzeitig. Okay. Das ist vielleicht gar nicht so dumm. Drei. Zwei. Eins. Los! Aha. Okay. Hahaha. Dann weise uns mal den Weg Führer. Guck mal A. 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 A ist B. Ach so ne. Dann gehen wir ja A lang. Zum ASB ja. Das ist abgeschlossen. Hier ist Licht. Hier ist auch ab. Hä? Mhm. Sehr ordentlich das Gefängnis. Was haben wir hier? Ah. Komm zu mir. Äh ja sofort. Alter ich würde halt gerne mal wissen wofür die diese Gänge hier gemacht haben. inventory für das bietet.